Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin heute im Grand Hotel. Das Motto ist Grand Hotel. Im vier Jahreszeiten Maximilianstraße. Irgendetwas mit GOP? Keine Ahnung. Lasst uns nachschauen. Das ist etwas zückend. Danke für das Ohrleis. Danke schön. Waschlappen, Handtücher, Tischdecken. Alles immer super. Waschlappen, Handtücher, Tischdecken. Waschlappen, Handtücher, Tischdecken. Das Motto ist ein Runde solide. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Morgen ist Grande Premiere im Grand Hotel. Also, bienvenue, herzlich willkommen und willkommen. Und wir warten auf euch. Als klar war, dass wir Grand Hotel auf dem Spielplan haben, lag natürlich nahe, dass wir uns mit einem Grand Hotel in der Stadt natürlich verknüpfen und dieses Thema aufgreifen. Und als wir dann vor ungefähr drei Monaten den Kontakt zu den Vierjahreszeiten aufgenommen haben, war das unglaublich schön, welche offenen Füllen wir hier eingerannt haben und welche Ideen der Kooperation entstanden sind. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Facetten dieser Kooperation, unter anderem eben heute Abend die Künstler hier zu Gast in einem richtigen Grand Hotel. Wir proben gerade parallel, das heißt, es war jetzt für die Regie gar nicht so einfach für zwei Stunden, die Künstler aus den Proben. Wir haben nämlich morgen Premiere am 1. März aus den Proben rauszuschleusen und hier in dieses wunderbare Grand Hotel zu stellen und diese Show zu klinieren. Die Zusammenarbeit macht wahnsinnig viel Spaß. Morgen Abend ist die Premiere und wir freuen uns schon sehr, dass auch das Grand Hotel dann in unser Grand Hotel kommt und die Premiere genießt. Und insofern ist die Kooperation ein absolutes Geschenk für uns. Die Show läuft von 1. März bis zum 6. Mai, also ein bisschen über zwei Monate, im GOP Varieté Theater in der Maximilianstraße hier vom Vierjahreszeiten 500 Meter die Straße nach oben. Wie hat euch der Einblick ins Grand Hotel, im Grand Hotel gefallen? Ich fand es eine richtig coole Aktion vom GOP, aber ich muss zugeben, ich bin vorbelastet, denn die wenigsten wissen, hier im Hotel Vierjahreszeiten habe ich vier Jahre lang gearbeitet. Das ist schon ganz, ganz lange her, bevor ich Reiseblogger geworden bin, aber irgendetwas verbindet mich mit dem Haus. Und deswegen ist es umso schöner gewesen heute, diese Show, diesen Auftakt vom Grand Hotel des GOP hier im Grand Hotel Vierjahreszeiten zu sehen. Wenn ihr euch auch von den Emotionen eines Grand Hotels mitreisen lassen wollt, solltet ihr die Show im GOP nicht verpassen. Tickets holen ganz einfach, Infos in der Infobox, guckt einfach mal nach. Ich bin sicher, das gefällt euch. Und ich hoffe auch, das Video hat euch gefallen. Deswegen Daumen hoch und auch viel, viel besser hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.